ja hallo erstmal und herzlich willkommen zu kickstar spiel minecraft den display von niederrhein in dem wir vergessen haben zu gucken wie viel los und wir haben diese siehst du da war was 34 können auch block nehmen oder wir nehmen jetzt erst mal den kloster und haben ja noch ein bisschen leuchte ein staub kann man das direkt hier oder wollte ich dann neuner das geht auch 50 50 das soll das soll der geiz wir nehmen jetzt alles mit was den staub alleine brauche doch gar nicht wenn dann können wir wieder herstellen dahin die blumen muss ich kurz zwischen da 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 dort die laternen zäune kann ich da wieder hin tun dunkle zäune hatte ich jetzt keine männer helle zäune ist was wir nehmen zwei helle zäune was soll der geiz so die laternen habe schon da hingesetzt dann kann die wieder dahin erlaubt das laub brauche ich jetzt gerade nicht das ist aber später für den rapunzel turm gar nicht so schlecht das können wir doch bestimmt gebrauchen so noch nicht konzentriertig der gewandte stein geht jetzt auch erstmal im weg jetzt haben wir ein bisschen mehr platz den brauchen auch nicht so viele lassen wir dann teil hier und das hier das bett das ist ich habe immer so viel gerumsel dabei aber das braucht das brauchen das jetzt machen wir erst kurz die aufgabe von mickey zu ende bevor wir das wieder vergessen das kann ja wohl nicht wahr sein wir wollten doch die starte von mickey vernünftig beleuchten ich meine jetzt ist tag hell da sie das keine ane aber nachts aber auch nur das und dann ist doch die idee über das portal hat gegenüber wollen dafür habe ich aber keinen stein dabei das muss ein andermal passieren wir wollen ja auch nicht alle aufgaben auf einmal erledigen also ich meinst du dir noch mal vor alles ist vorbei nein das geht doch gar nicht wir brauchen ja ein paar tun brauchen wir noch oder nur ein oder zwei und ansonsten fallen uns wieder neu ja ihr habt auch noch zu dus ich weiß ich weiß wieso läuft das hängen ausschafeln hallo frida was machst du hier erzähl mal kurz ja hast du heute freigang aha bin mir doch nicht so sicher ob das seine richtigkeit hat dass wir das immer so stehen ich finde wir haben einen fehler gemacht sich jetzt erst wir hätten mickey die kiste bauen müssen darunter eine kiste hätten wir bauen müssen wo er dann drauf sitzt ok können dass einer mal eben hochheben dann brauche ich die kiste runter das wird so schnell nicht mehr so wie viel brauchen wir denn reicht das ich glaube das wird hier mehr als ein stack sein 44 da haben wir schon 5 gemacht 1 2 3 4 5 und da aus müssen wir hier 5 da muss auf jeden fall zu sein ja ich glaube dass wir haben noch ein paar wir wollen das ja vernünftig beleuchten hier zu 1 2 3 4 und 5 machen wir hier auch einmal durchgängig 20 stück kann man das sollte reichen wir kam tatsächlich einmal rum und jetzt einer fehlt kekse hast du ein erstes problem das passt das passt das passt und mal bleiben sogar zwei über zu deinem glück aber auch so da und da wollen neben anderen fahrten hinsetzen und dann die laternen wieder darauf 1 wo ist ja noch grüßig wo ist sie da tubs hier ist es sehr dunkel da habe ich gerade eine idee dass das so rum nicht hältst du davon wenn wir hier kriegst du und dann hier zwischen das leuchtet auch noch mal eine richtung oder ja schon scheinen dann mal den ein kann doch nicht hier einfach liegen bleiben so geht das noch nicht das soll ja ordentlich sein hier bei mickey oder ist gut so schon sehr hochnäsig oder wo du hinläufst ja ja ich weiß hier ist alles in ordnung hier habe ich zugemacht das fadenkreuz mit hinter der nase ja ja ich glaube so kann es lassen und dann auf der seite auf der seite geht schon wieder so runter nein 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 es ist so haben wir nicht gewettet so nicht ich wollte sagen auf der seite kommt dann noch so ein großes netterportal guckt der mickey die ganze zeit ins netterportal das ist eine idee oder oder ist das grausam wollen wir das tun oder sollen wir es nicht tun das weiß ich noch nicht so genau das kann ich mir ja auch aufsparen doch sind wir noch nicht so weit wir wollen ja erst die bahnstrecke noch weiter bauen wir wollen noch ein paar villager anlocken dafür muss ich allerdings noch mal ins dorf ich weiß gar nicht ob da gerade lore steht zum einsteigen es ist ja schon einer jahre lang drin und wartet darauf dass ich ihn anschubst könnte sein ok im kurzen abend erst noch ein hauen immer dieses rumgerendet da wird man ja total hungrig von vielleicht kekse solltest du ja auch eine wahlstrecke bekommen so schnell hin und her brauche ich eigentlich die werkbank da noch auch ich die da noch oder kann die weg kommt dass sie da stehen so viele werkbänge in der kiste jedes mal baust du neue könnt doch zwischendurch noch mal so ein kirschbaum abholzen oder aber nicht jetzt doch nicht jetzt jetzt müssen wir uns eben kurz mal aufs ohr hauen damit es wieder draußen hell wird und ich will echt noch überlegen muss ich jetzt die bahnstrecke da unten drunter bauen oder überdruck oben drüber ich glaube das überlege ich heute nach dem schlafen schlafe meiner nacht genau das machen wir jetzt ok das ist das war eine kurze nacht und welche ergebens ich glaube obendrüber ich möchte den weg jetzt gar nicht abbauen da habe ich eine lohne so sollte das nicht nur das loch hier zu machen das soll ja schön bleiben dann ist allerdings die frage was das hier zwischen den bäumen glaubst du gerade eben ich muss mir jetzt ernsthaft gedanken machen wie ich diese bahn schiene darüber kriege mal eben kurz schauen was wäre von der seite da ist er erstmal genau an kriegst wie muss das jetzt so müsste das jetzt hier wirklich symmetrisch ja also mehr oder weniger ich will ja für die drüber durchlaufen können da mal dahin und dann drehen wir hier um das reicht ja schon zum unterlaufen ist okay du kannst und daher laufen und die bahn stehen konnten irgendwo das ist okay so und dann was hey wo kommst du denn her alles knuscht war bei dir lass doch mal schauen wir sehen deine angebote aus hast du ein paar Kekse dabei ja ok rosa tulpe also ehrlich gesagt wie gewohnt von dir ist gerade nichts dabei nichts was uns jetzt so richtig vom hocker haut hier ja achte wollte mal gucken was das wird ja das weiß ich auch noch nicht so genau ich baue mal und teste mal ja das ist aber steil hier auch da muss aber noch mal gucken dass da noch ein bisschen das wird schon dazwischen kommt oder und kommt die lobe hier an und dann schwert ihr hier hoch oder für die das ist eine tolle oder eine rosa so junge junge das geht hier mächtig schnell ab ja was hältst du davon hast du noch nicht gesehen habe ich auch noch nicht normalerweise baue ich noch ein bisschen schöner aber was auch das geht weg das geht weg das nehmen wir mit rüber und dann 22 wir brauchen auf jeden fall mehr zoll definitiv brauche ich mehr zollen ich möchte da was ein zollen mit antriebsschiene das wäre natürlich eine coole idee wenn die lore kommt dann geht die schranke auf probieren wir mal aus habe ich noch nicht gemacht ist mal was soll es warum auch nicht komme ich damit ein tut oder wollte ich nehme nachher die anderen dunklen toren mit wer weiß wer weiß umgestalten können wir später immer noch das ist das schöne am einkauf man kann viele sachen ausprobieren umbauen neu bauen wir machen jetzt erst mal so kleines das ist einer von den großen das möchte ich ich glaube ich nehme die hier brauchen groß oder ist auch ein großer ist egal wir brauchen platz der fortschritt macht ihr seine beine breit hat so nicht gesagt oder das habe ich nicht raus schneiden ganz einfach sollte ich nie gesagt haben ich wollte einfach nur sagen er macht sich hier breit das kann später weg was was wir heute sind hier um so dass das wird hier als ein auffang lage aber das ist ein böses wort das kannst du hier nicht sagen na 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 so nicht so nicht so nicht wenn die villager hier ankommen dann sollen die sich hier ein bisschen wohl fühlen wie viel platz haben wir denn hier du hast noch ein paar zahlen oder danach hast du noch zwei gucken wie lange das machen wir hier hier das bett muss jetzt dann doch weg so und so das ist so weit krieg sein was machst du denn da das weiß ja keiner so genau das weiß ich ja auch nicht ich gucke ja nur zu nein 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 wir das dass die erde machen wir irgendwie anders an weil warte mal vielleicht auch mal jetzt auch ein bett für eine villager wenn er hier an auch in der zwischen aktivierungstürchen dafür ich bin mir da noch nicht sicher wie vielleicht soll ich das erstmal ausprobieren was ich da überhaupt gebaut habe ach so dass das kannst du jetzt da kannst du jetzt keine schiene drauf das ist ja doof dann setzen wir das um machen das dahin so dann kommen wir hier an mann 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 ich muss mal eben kurz hier die wege neu machen oder weg machen ja guck so komisch ja ich auch so hatte ich mir das nicht vorgestellt ist nicht schlimm kommt auch wieder weg jetzt sollte ich hier ein hauschen bauen nicht nur einfach einen zaun dass die villager direkt in ein haus ankommen das wenn dann auch noch eine idee da kommt der stein hin hat noch irgendein knopf das ist kein knopf da sind körner da ist ja das würde funktionieren jetzt müssen allerdings noch mal kurz schauen müssen wir die denn hinsetzen und das haben wir nur eine witzung fackel das wird hier nicht funktionieren glaube wir haben ja eine lohre dabei dass uns das einfach mal ausprobieren weil dann die kiste nachher auch wieder dahin setzen die kann ja daneben stehen so die lohre lassen wir mal fahren das hat ja wohl gar nicht funktioniert da muss ja direkt an ihn so ja ja habe ich mir gedacht das funktioniert auch nicht wir brauchen noch ein bisschen mehr redstone habe ich habe ich im lager wenn ich da so rauskommen da kommen die villager da auch so raus oder das ist keine gute idee lass mich mal eben da den zaun ein bisschen anbauen das ist ja auch ein schutz soll ja keiner runterfallen oder mini so nicht dann hast du da aber kein türchen drin kann ich denn ich kann von da aus raus jetzt kann ich nicht rein doch mal endlich ein türchen da rein du hast du welches dabei oder hatte ich sogar in dunkel guck mal die fallen auch bis so und so dazu für den testen reicht das erstmal so ich auch noch ein zorn wackeln man 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 kicker du bist ja nicht fertig habe ich denn jetzt noch eine kiste oder ich kann jetzt noch kiste wieso haben wir jetzt und kiste ist aber nur noch nicht so weit was und wird so stimmt hier noch nicht die wir uns schiene braucht die sender schiene die geht dahin davon die weinen mit aber jetzt habe ich hier ich habe schon lange keine wetter gemacht aber es war nicht so nein so nicht so auch nicht wie viel nehmen wir damit 16 16 finde ich eine gute zahl auch hier wieso habe ich jetzt dabei eichen kann auch immer eben hier bleiben das war jetzt nicht okay jetzt mal eben ganz schnell noch fertig werden hier das kann doch wohl nicht so sein krieg auch ein 333 folge jahr verrundrödel geht doch nicht so sieht das doch mal eben und will das nicht so wie ich das möchte keine ahnung hast du jetzt das war natürlich sehr geschickt deshalb hängt die da auch rum ja das ist auch du was gewusst ist klar gesagt mensch ist ja auch eine hilfe hier so eins zwei drei und das wird so nichts okay wir werden auf jeden fall nächsten samstag hier noch ein bisschen mehr aktivierungsschienen einbauen müssen bis dahin überlege ich mir wie das hier auszusehen hat in diesem sinne schöne grüße um wieder rein und chips mit warum kannst du das wieder nicht gekse pass auf wir können doch haben wir er macht sich wieder unsichtbar ist klar er macht sich wieder unsichtbar okay ich mich auch bis dann bis dann tschüss 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 bis dann tschüss